ja hallo wieder mal morgen habe ich mein weihnachtsbaum im wohnzimmer abgeschmückt und alles voll genadelt mein frau gemeint hier sieht alles aus der meinte so ganz unbedarft am liebsten den baum auf den mond schieße da habe ich mir mal gedanken drüber gemacht ja 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 Windrichtung ist gut, Mond könnte da hinter der Wolke sein, also ich denke die Sache stimmt, werden wir jetzt mal testen, was passiert. Skeptische Blicke auf die Kugel. Oh! 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 Vielen Dank.